Leon gegen Standardskill gesehen. Ja Leute, ey, ich war ja, ich wollte den Kampf ja gestern mit euch im Stream schauen, aber der hat ja irgendwie erst um 0 Uhr oder so, 1 Uhr angefangen, deswegen konnte ich den leider nicht gucken, aber ich hab ihn mir gestern Nacht noch im Bett angeguckt, ohne mich spoilern zu lassen. Ich muss sagen, der erste Kampf KS Freak ApoRed war schon auf jeden Fall, so die Jungs haben nicht schlecht geboxt, so war cool, die haben auch Respekt gegeneinander gezeigt, war schon ein sehr guter Kampf gewesen, hat Bock gemacht zu gucken. Aber ich fand auf jeden Fall den Kampf zwischen Leon und Standardskill, der war auf jeden Fall, der hat's auch in sich gehabt, Digga, Standardskill ist wie so ein Panzer losgelaufen, hat doch richtig krasse Ausdauer gehabt, hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht so erwartet von ihm, muss man schon sagen, sehr stark. Und dann am Ende haben sich nochmal beide die Hand gegeben, nochmal gegenseitig Respekt gezollt, Leon hatte irgendwie, glaube ich, 1, 2 Rippen gebrochen gehabt, also war ein cooles Event am Ende so, ich fand's halt nur ein bisschen schade, dass das so krass hinausgezögert wurde, ne, 18 Uhr wurde gesagt, geht's los, klar gibt's dann ein paar Vorkämpfe, aber wenn das dann erst um 1 Uhr anfängt oder 0 Uhr, war schon, war schon ein bisschen lang, aber die haben eine gute Show abgeliefert, das war ja das, was die erreichen wollten, haben 750.000 Live-Zuschauer gehabt, Leute, da muss man erstmal wirklich Respekt zeigen, 750.000 Zuschauer, das schafft man nicht mal eben so. Ich hab nur ein bisschen mehr von Leon erwartet, der ist ein bisschen so mehr oder weniger geflüchtet von Standardskill, aber da muss man auch sagen, 20 Kilo Unterschied ist schon nochmal eine Hausnummer, ne, das darf man nicht vergessen, Leute.